Moin Moin zusammen zu einer neuen Runde Ostriff und gleich vorweg das ist die letzte Folge mit Patch 4 weil was soll man noch groß machen wir haben das hier ok ich könnte jetzt was das spiel hergibt zum beispiel die einnahmen alle auf null aber auch die kosten alle auf null setzen so dass die nichts bezahlen für essen so auch nichts bekommen wir handeln unsere schuhe das heißt bevor wir diese folge jetzt hier beenden schauen wir mal hier rein ich mache mal eine stufe schneller hier liegen wieder 11 schuhe liegen drin es wird noch gearbeitet wir können ja hier mal schauen was haben wir denn april die felder sollten eigentlich alle wo ist schon die aussaat gewesen ja hier ist ja irgendwas was haben wir hier kartoffeln was haben wir hier kartoffeln was haben wir hier kartoffeln okay das dürfte dann jede menge kartoffeln geben dieses jahr ich will es dann noch mal wenn patch 5 kommt mit unserer zucht da vergrößern deswegen bauen wir dieses ding eigentlich schon mal hier wisst jetzt nicht glaube ich hier ist hier ja eine farm wollen wir nicht bauen und einen schlachter wo ist es denn verdammt tschuldigung shoemaker taylor farm will hier den setzen wir hier neben dran ach so hier ist ja wieder eine andere welche taste ist denn das hier welche taste ist das hier die ist es so mal rum nehmen wir machen das mal so rum wir setzen den stall hier hin kommen halt noch keine leute rein den sollen die mal bauen so schau mal her baut ihr den auch mal hier habt ihr ja auch jede menge bänke zum ausruhen noch mal stufe schneller sind die fähnchen leider da sind die fähnchen müsste eigentlich jetzt einen baum umhauen weiß ich gar nicht habe ich gar nicht gesehen hier wird noch mehl gemacht endlich arbeitslose looking for job 17 habe ich hier die die fischer zugewiesen aber nicht gemacht hat doch die wollen halt nur nicht alle drei boote hier drin gefällt mir nicht hier sind zwei boote vor ort also kommen da auch mal zwei jungs rein zwei zwei hier ja gut er und jetzt okay endlich mal gut alles klar hier unten ihr kriegt das gebacken ja wenn man eigentlich hier noch mal was hin potatoes ist da wird fisch wird da wohl da hinkommen ne flourmilk sollte passen sollte passen hier wird es fertig gebaut das ist jetzt nicht das problem was warum eigentlich hier an ja ja auto food out of money auch kartoffeln hier ist hanf 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 ich habe doch nicht so viele hanf felder gemacht was soll ich denn mit dem ganzen hanf es ist eh zu spät jetzt ist es eh zu spät da kann man nichts dran ändern machen machen hier noch mal hier noch mal hier einen zaun hier so in der mitte lang ein bisschen ordnung rein machen hier ne ein bisschen ordnung hier rein machen dass hier nicht mehr nicht so querbeet rüber lauft und ein bisserl bäumsche ach so ich muss ja hier wieder ähm machen wir den muss ja nicht immer das selbe sein so und hier ein und da und da dann setzen wir noch eine bank so der darf ja wieder hier nicht wie rum stehst du hier ja das passt ja das passt ja ach so der macht ja das sunflower oil was habe ich hier eigentlich für wie viel öl wird denn hier eigentlich eingelagert für 10 schuhe 2 ach ja da war da wieder ein händler da okay dann müssen wir hier mal schauen der stall ist noch nicht fertig die schlachten ja hier automatisch ok so viel ochsen zum beispiel brauchen wir nicht machen wir den bullen weg und noch mal einen bullen weg den lassen wir erwachsen werden und dann gucken wir mal dass wir die hier rum wie äh umziehen können geht ja man kann ja hier rüber in so ein anderes ding aber hier möchte ich noch kein arbeiter okay alles klar family out of money äh ja klar weil sie nämlich nichts da guck 29 ohne job das ist halt nachteil ne ähm das ist halt der nachteil wenn wir zu viele leute haben und haben für die nichts zu tun ich meine wie viele farben sollte ich dann bauen ja wir können jetzt hier mal reinschauen äh economy hm da machen wir halt nochmal den marketpreis runter ok ok und hier das mal ein stück höher na gucken wir mal werfen wir hier nochmal einen blick ok so sieht eigentlich sieht eigentlich wir haben alles gebaut was was geht ne ähm der entwickler muss jetzt ein bisschen nachliefern das muss er nachlegen ich meine ja klar hühner kommen ja hühner kommen was noch irgendwas äh von fiechereien weiß ich jetzt gar nicht und steine halt oder halt äh baumaterial was man hier abbauen kann kohle steine und was hat er dann irgendwas hat er noch gesagt weil es kommen nämlich dann wege die man machen kann ob das in patch 5 kommt weiß ich nicht es kommen die chickenen die hühner kommen in patch 5 ja unter anderem ähm wann der kipp weiß ich nicht der hat nur am 26. november gesagt es dauert etwas länger naja jetzt äh ich nehme diese folge auf die hier nehme ich auch am 6.12. die wird dann wahrscheinlich am 7. erscheinen oder am 8. ich weiß es noch nicht was war das hier überhaupt ach das war er hier ok alles klar ähm warum ja ich meine hier working going to work going to work wohnt ja wieder am am boppis der welt ihr könnt mal hier ein paar fische angeln ja ich meine wosso baue ich euch denn ja also wir machen das so wie ich das mit manch anderen spiel macht die in pre alpha sind wenn das dann nichts mehr tut und dann äh auf den neuen patch warten dann warten wir immer auf den neuen patch und dann gibt es neue folgen ne wenn sich gar nichts tut in dem neuen patch dann wird er halt kurz vorgestellt was hat sich geändert und gibt es neue gebäude gibt es neue features dann wird auch weiter gespielt aber mit diesem video ist jetzt erstmal also mit diesem video das ist das letzte mit patch 4 wir warten auf patch 5 ja so sieht das aus so sieht das aus dann gucken wir hier nochmal ich mach mal auf normale geschwindigkeit der stall ist fertig ich ziehe die fische jetzt aber noch nicht um da will ich nämlich nochmal auf patch warten ob da haut ihr ab weil ihr habt nichts oder was wo bist denn du eigentlich du hast ja was gebracht und ihr kommt und ihr geht ne er haut halt ab macht was er wollt alles klar okay das so sieht unser kleines dörfchen aus noch ein bisschen höher so alles klar jetzt seht ihr das von oben äh 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 netzier oder sowas das kann man natürlich schöner machen ne out of firewood wieso bist du out of firewood äh versteh wer will ne alles klar gut ich bedanke mich fürs zusehen wir sehen uns in der nächsten folge wenn der patch 5 raus kam alles klar bis dann ciao ciao ciao